Der Moment der Entscheidung rückt immer näher. Und als nächstes dürfen wir Hansa Rostock bei uns begrüßen. Die Zebras werden alles dafür geben, die drei Punkte in Duisburg zu halten. Und ihr müsst alles dafür geben, die Mannschaft zu unterstützen. Kommt in die Schauenslandreisen-Arena, wenn es heißt MSV Duisburg gegen den FC Hansa Rostock, 5. April, 14 Uhr. Liken, teilen, dabei sein und Streitanzeigen. Tickets gibt es unter msv-duisburg.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und natürlich an der Schauenslandreisen-Arena.